Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Runde Overwatch, wo wir heute ein bisschen 3 gegen 3 spielen und später auch Lootboxen öffnen. Wir werden einfach mal spielen Arcade 3 gegen 3 und wir sehen uns gleich im Match. Bis dann. BAU! So und schon sind wir in der Runde. Ich glaube... Ich hab mich über die Teamzusammensetzung ein wenig gewundert, aber die werden schon wissen, was sie tun. Und wer braucht schon nen Tank, ne? Verdammt, jetzt haben wir doch nen Tank. Vielleicht läuft das Team auch mal zusammen rum, dass ich mit rumlaufen kann. Ja, ich hatte eben gerade ne Runde, die mich ein bisschen gestresst hat, muss ich sagen. Eventuell. Keine Sorge, Freunde. Ich bin euer Schild. Gegner eliminiert. Okay, wo sind die weiteren Gegner? Da ist einer. Das ist ne Symmetra. Also, sie haben ne Symmetra auf jeden Fall. Ähm. Tschüss. Bleibt noch der Soldier, wo auch immer der noch rummacht. Über uns. Der flüchtet jetzt. Wo ist er? Wo ist er hin? Da hinten? Da? Okay. Okay. Runde gewonnen. Das war wenigstens ne schönere Runde. Bum. Shit. Shut. Okay. Sehr ich genauso. Nochmal selbe. Hat doch gut funktioniert. Vor allem gegen die Diva hab ich wirklich Spaß. Ging die Symmetra weniger. Weil ich gar nicht so viel gegen ne Symmetra machen kann. Die macht einfach viel zu viel Schaden. Wenn ne Symmetra kommt, werde ich zum Eisblock und hoffe, dass mich irgendwer rettet. Meine Symmetra-Taktik. Hi, Farah. Na, wer macht da noch so rum außer der Farah? Dann der Diva da hinten. Und die Diva sind mittlerweile da drüben. Was soll denn das? Stirb. Verlegst. Verdammte Scheiße. Da hinten hat's noch die... Mercy. Weg. Wo bist du denn hin gerusht? Okay. 2 zu 0. Ähm. So einer. Gegner ist schon geflüchtet. Macht ruhig. Ist okay. Naja, die Runde läuft ein bisschen besser. Finde ich gut. Wir werden vielleicht in der nächsten Runde noch mal andere Charakter ausprobieren. Selbst. Ich weiß noch nicht was. Weil es nicht so viele Charakter gibt, die wirklich sinnvoll hier sind. Beziehungsweise. Vielleicht überrascht man auch Gegner, wenn man hier irgendwas Sinnloses nimmt. Ich weiß ja nicht. Wie ich fern das funktionieren würde. Aua, aua, aua. Hör auf damit. Ist okay. Mach halt so einen Schmarrn. Wenn du meinst. Ähm. Irgendwo macht gerade... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hier sollte jetzt die Diva sein. Die wir jetzt schnell mal einfrieren. Nein, wir hatten so wenig Leben. Ach Mann. Stimmt, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass schon mein halbes Leben weg ist. Darauf hätte ich achten sollen. Tutenton. Kannst du... ... ... ... ... ... ... ... Geht doch. Wir machen gleich noch eine Runde. Heißt, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Beziehungsweise schauen wir nochmal, was das Play of the Game ist. Oh, wir sind noch zu zweit hier. Guck mal. Hat das Highlight, ist aber nicht mehr... Okay. Na, was das Play of the Game? So ein Random Shot. Wow, schön getroffen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Yay! So, und schon sind wir in der nächsten Runde. Mal schauen, wen wir jetzt spielen. Will ich Soldier spielen? Komm, ich spiele einfach mal Soldier. Ich könnte eigentlich auch mal den Affen hier spielen. Der Affen macht so viel Schaden und hält so viel aus. Das wäre eigentlich bestimmt auch sehr lustig. Aber ich spiele mal ein Soldier. Ja, wir spielen Soldier. Wir probieren jetzt Soldier. Und wenn es nicht geht, nehmen wir etwas anderes nach ein, zwei Runden. Aber ich habe eigentlich die Vermutung, dass das ganz gut funktionieren könnte. Weiter sprinten. Aua. Okay. Aua. Okay. Aua. Okay. Aua. Äh. Ähm. Du läufst bis in deine Rad an ihn ran und schießt dann vorbei. Wow. Ihr seid schon zwei Nudeln. Ihr seid schon zwei Nudeln hier. Die Runde werden wir verlieren. Die Runde werden wir auf jeden Fall verlieren. Die Runde verloren. Ach was. Sag nur. Ähm. Wir probieren einfach ein bisschen durch. Wollen wir auch nicht. Im schlimmsten Fall verlieren wir halt. Aber es war, fand der Move schon lustig. Der Move hatte schon was. Ja. Nehmen wir halt ein ganz anderes Team wieder. Ich habe keine Ahnung von Winston. Und ich spiele die ganze Zeit hier vorne an meiner Lippe, weil da irgendwas ist, was ich ablöse. Bäh. Meine Lippe häutet sich. Eliminiert. Eliminiert. Was ist der Letzte? Okay. Das war lustig. Wir spielen noch eine Runde als Winston. Ich habe echt nicht gut als Winston gespielt, muss ich zugeben. Ich habe Winston auch kaum bisher gespielt. Können wir gleich mal. Da kann ich mein Spielerprofil irgendwie Karriere einsehen. Stunden mit Winston bisher. Doch so viele. Ja. Ähm. Habe ich was gesagt? Ne, also Winston ist nicht gerade mein Main. Da war ich vielleicht ein bisschen offensiv. Aber ich hatte ein bisschen... Sehr schön, Soldier. Sehr schön. Wenn du jetzt noch dem Senjata helfen würdest. Wäre das vielleicht gar nicht so kacke. Okay. Dann nur noch den Lucio. Ja, dann gewinnt man die Runde. Sollte eigentlich kein Problem sein, wenn... Hier mit den zwei Leuten noch den Lucio zu töten. Eigentlich. Aber sie treffen ihn halt gar nicht. Danke. Oh Mann, ey. Diesmal nicht so offensiv, aber es hat Spaß gemacht. Geben wir jetzt noch eine Runde mit Winston und dann öffnen wir ein paar Kisten. Spannend. Für Winston habe ich eigentlich auch schon einen anderen Skin, aber ich glaube, ich habe vergessen, ihn auszurüsten. Muss ich dann mal tun. Generell hoffe ich, die Weihnachts-Skins noch zu bekommen. Aber wir haben 25 Kisten zu öffnen im Moment. Und es werden ja auch noch mehr, wenn ich hier noch ein bisschen spiele jetzt. Und da sollten wir das hinbekommen. Tschüss. Was ist der letzte? Ich bin betäubt. Help. Help. Hui. Okay, das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. GG. Ich habe Highlight? Entschuldigung. Es wird voll langweilig sein, das Highlight. Wow. Das war aber spektakulär. Match verlassen. Ja. Dankeschön. 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 Rootboxen. Öffnen. Du, 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 du. Das Icon. Und neuer Skin. Okay. Das Spray habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon, okay. Nichts so Spannendes. Mich interessieren vor allem die, die Weihnachtssachen. Was bist du für ein Emote? Was bist du für ein Emote? Okay. Ausrüsten. Lucio spiele ich viel, denn kann ich, ja, da, da macht es Sinn, das mal auszurüsten. Ja, die was spiele ich kaum, brauche ich also keinen Spruch. Zumindest gerade nicht. Geld. Siegerpose. Ausrüsten. Ich will diese ganzen Weihnachtssachen haben. Okay, die Siegerpose ist auch cool, auch wenn es keine Weihnachtssiegerpose ist. Die rüste ich auch mal aus. Den Skin. Die Box öffnen. Da. Mistelzweig Siegerpose. Ich mag auch das Mistelzweig Highlight Intro von Widowmakers, glaube ich. Siegerpose. So. Das ist, glaube ich, die zehnte und ich glaube, dann hören wir auch erst mal auf. Huhu. Skin, den ich nie nehme, aber Max Scrooge ist gut. Ein Strumpf für den Reaper. Ähm. Ne, das ist die zehnte. So, die zehnte noch. Dann war es das für heute. Was bekommen wir? Was cool weihnachtliches. Nehme ich. Skin. Nehme ich mal. Noch ein Skin. Ist mir egal. Wir machen keine Kiste mehr auf. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.